Hallo liebe Abonnenten und Besucher. Manchmal ist es sehr schwierig, ein Video hochzuladen, weil man nicht weiß, ob man gegen die YouTube-Richtlinien verstößt. Ich möchte Ärger mit Sperrungen und Löschungen vermeiden. Damit ihr es trotzdem sehen könnt, heißt dieses Video ein Blick, ein Klick. Habt ihr Telegram? Klickt auf den Telegram-Link. Habt ihr YouTube? Klickt auf den YouTube-Link. Danke für euer Interesse, Verständnis und Mithilfe.